Sehr geehrtes Publikum, ich begrüße Sie zum Livestream-Konzert aus dem Kammermusiksaal des Hamburger Konservatoriums. Das heutige Konzert trägt den Titel Phönix des Ostens, Fung Huang. Die Künstlerin des heutigen Tages, Lin Chen, schreibt zu ihrem Programm, der Fung Huang gilt als eine der wichtigsten Figuren der chinesischen Kosmologie. In manchen Legenden heißt es, dass der Körper des Fung Huang den himmlischen Körper entspreche und sein Kopf der Himmel, seine Augen die Sonne, sein Rücken der Mond, seine Füße die Erde und sein Schwanz die Planeten seien. Lin Chen bringt uns in ihrem Konzert anhand der großen und vielfältigen Schlaginstrumente diesen fernöstlichen Mythos näher. Wir wünschen Ihnen einen anregenden musikalischen Nachmittag. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018